So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist 10.17 Uhr, um 11 Uhr fängt der zweite Tag des Community Days mit Evoli an, beziehungsweise theoretisch ist es der vierte Tag, denn es gab ja damals schon zwei Tage, also war der erste gestern der dritte und der zweite heute ist der vierte. Ich möchte noch ganz kurz was machen, hier hinten ist ein Moos-Modul an, das habe ich vor 27 Minuten gezündet, das läuft also noch drei Minuten. Jetzt suche ich mir ein Evoli, ich mache das natürlich hier nach WP, sortiert, das ist das, das ist das, ich glaube ich muss das hier nehmen. Wir werden dieses Evoli jetzt zu Fully Purba entwickeln, weil das Moos-Modul ist ja aktiv, damit ihr mir das glaubt, seht ihr das, es ist unten auch schon eingezeichnet, also ihr seht schon, bevor ihr es entwickelt, was es wird, wenn ihr es entwickelt. Mein Ziel diesmal war es ja am C-Day eigentlich, eigentlich hatte ich gar keine Ziele, aber das einzigste Ziel, was ich hatte, da alle Evoli-Entwicklungen nochmal eine neue Attacke bekommen haben, dass ich jede Entwicklung nochmal als Shiny mit eben dieser neuen Attacke bekomme. Jetzt ist es ein bisschen tricky, jetzt musste ich irgendwas machen, ich musste gestern Abend nach Tara schon entwickeln, ich kann ja jetzt nicht nachts entwickeln und tagsüber in einem Video, das geht nicht, deswegen habe ich das nach Tara schon gemacht, alles andere möchte ich mit euch jetzt zusammen hier machen. Wichtig also, Moos-Modul für Fully Purba, dafür hattet ihr eine Forschung im Heute-Tab, die im Prinzip nur ein Kapitel hatte, ihr musstet da kurz was fangen und entwickeln und so weiter, dann habt ihr ein Moos-Modul und ein Gletscher-Modul bekommen. Das haben wir jetzt hier drin, jetzt habe ich natürlich gar nicht, ich will die doch beschriften, so. So, das müsste das jetzt von eben gewesen sein, oder? Kugel, Kugelsaat, Solarstrahl. Passt das überhaupt? Das passt doch gar nicht, oder? Hä? Seit wann hat das Solarstrahl? Was hat das? Solarstrahl, was hat das? Energieball. Ich muss mir nochmal die Grafik angucken, die habe ich ja hier drauf. Was was hat und passt das? Achso, Fully Purba bekommt Kugelsaat. Hat das Kugelsaat? Ja, das hat Kugelsaat, also passt es auch. Da dreht es sich bei Fully Purba also nicht um eine Ladeattacke, sondern um eine Sofortattacke. Ihr habt ja auch nochmal alle in der Übersicht. Evoli kann also Zuflucht bekommen. Weiß nicht, ob das jetzt nützlich ist. Aquana mit Siedewasser, Blitzer mit Blitzkanone, Flamara mit Kraftkoloss, Psyana mit Spukball, Nachtara mit Psychokinese, Fully Purba, Kugelsaat, Glaziola, Aquavelle und Felinara Psychoschock. Die wollen wir jetzt alle im Video kurz basteln. Dazu muss ich auch kurz warten, bis das Logmodul, glaube ich, um ist. Denn wenn ich jetzt versuche, was anderes zu entwickeln, würde alles zu Fully Purba werden, weil das Logmodul ja noch aktiv ist. Jetzt ist das Logmodul aber aus. Fully Purba schreibe ich mir mal hier auch einfach GBL dran. Ich wusste nicht, wie ich das sonst beschriften soll. Ich nenne es einfach GBL. Dann weiß ich, dass das das ist. Nachtara habe ich gestern, wie gesagt, schon entwickelt. Gestern Abend mit Psychokinese, wie ihr hier seht. Das heißt, ich bräuchte jetzt ein weiteres, was ich zu Psyana mache. Das heißt, wir müssen einfach nur eins nehmen als Kumpel. Das sieht gut aus. Es darf natürlich kein Hut haben. Das Hut-Ding kann man ja nicht entwickeln. Deswegen brauche ich das auch nicht als Buddy nehmen. Das müll das ganze Buddy-Menü zu. Das haben wir jetzt als Kumpel. Und weil wir es jetzt als Kumpel haben, müsste statt Aquana, Flamara, Blitzer, also Psyana und nach Tara kommen. Je nach Tageszeit. Sie haben die Anforderungen heruntergeschraubt. Jetzt geht man hier wieder Evoli ein. Ihr wisst, normalerweise müsst ihr das als Buddy nehmen. Zwei Bonbons erlaufen, also zehn Kilometer. Und dann wird es tagsüber zu Psyana, nachts zu Nachttara. Jetzt müsst ihr nicht mehr laufen. Ja gut, da ist jetzt keine Sonne, da ist trotzdem ein Mond. Aber ihr seht, das ist ein Psyana, das ist kein Nachttara. Und vor allem ist es ein grünes Pfeffi. Psyana nehmen wir auch mit. Benennen wir dann auch wieder GBL. Dass wir wissen, dass das halt die besondere Attacke hat. Ob die jetzt wirklich für GBL geeignet ist. Oder manche sogar Anwendungen in Rates finden. Das weiß ich nicht. Das könnt ihr mir ja erzählen, wenn es soweit ist. Haben wir also jetzt Nachttara und Psyana. Machen wir uns ja auch wieder GBL dran. Genau. Dann fehlt, was auch über das Buddy-Feature funktioniert. Felinara. Felinara müsst ihr normalerweise ja 70 Herzen bekommen. Jetzt ist es so, dass sieben Herzen reichen. Jetzt muss ich also hier rein, wenn es sich nicht gerade aufhängen würde. Da habe ich gestern schon mal ein paar Herzen gemacht. Das ist wieder richtig genial. Wo ist denn jetzt hier mein kleiner, mein kleiner süßer GBL? Genau. Hier habe ich schon einen Eboli rein. Das nehme ich jetzt auch mit, dass ich das auf der Hand habe. Wir brauchen sieben Herzen. Wir haben insgesamt, glaube ich, vier Stück schon gehabt. Drei Stück bräuchte ich noch. Wir können also spielen. Schnappschuss machen. Füttern. Dann müsste das voll sein. Gehen wir hier auf Spielen. Geben dem auch einen Snack. Damit er sein fünftes Herz dann verdient. Was war das? Das klang nach Glas. Der Adi hat gerade irgendwas in der Küche schon wieder runtergeworfen. Gucke ich mir nachher an, was er da hat. Dann können wir gleich natürlich noch einen Schnappschuss machen. Oh, da ist das laut. Und wir können gleich noch mitspielen. So, wunderbar. Jetzt müsste er drei Herzen hier dazu bekommen haben. Und insgesamt jetzt sieben Stück haben. Sodass wir das, während es Buddy ist, mit sieben Herzen zu Felinara entwickeln können. Funktioniert das? Wir gehen hier drauf. Ihr seht, ja, es funktioniert. Dadurch, dass es als Buddy angelegt ist, tagsüber könntet ihr trotzdem jetzt Psyana auswählen. Oder eben über das, weil ihr sieben Herzen habt, zu Felinara. Wir nehmen natürlich Felinara. Und dafür haben wir es ja gemacht. Psyana haben wir ja eben schon gemacht. Dann fehlt im Prinzip noch Aquana, Blitzer Flammara. Da könnt ihr nichts beeinflussen. Wenn ihr den Namenstrick schon verwendet habt, dann müsst ihr jetzt einfach entwickeln und gucken, wie lange es dauert, bis ihr die drei drin habt. Da war die Attacke. Psycho-Schock. Okay, da steht schon GBL dran. Toll, wenn ich GBL eingebe, dann zeigt es mir noch nicht mal die, die ich GBL genannt habe. Es zeigt mir die, die ich aus der Go Battle League bekommen habe. Okay, egal. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Jetzt muss ich nämlich extra warten, dass das Modul aus ist. Denn wenn das Modul jetzt angewesen wäre, ich hätte unendlich viele Evolis entwickeln können. Die wären alle zu FullyPurber geworden. Deswegen muss ich das so timen, dass ich das Video dann aufnehme, wenn das aus ist. Jetzt versuchen wir uns also kurz mal die drei Standard-Evolis zu entwickeln. Das werde ich wahrscheinlich so lassen. Einfach als das Allerhöchste. Obwohl das hat Tackle und Schaufler. Es ist trotzdem das Höchste. Dann müsste das aber wenigstens Zuflucht haben. Lass mal eins ohne Zuflucht und eins mit Zuflucht. Gehen hier hin. Zuflucht. Entwickeln mal. Gucken mal, ob wir alle drei bekommen. Beim ersten Mal ist natürlich egal. Weil egal, was jetzt rauskommt. Es ist auf jeden Fall das, was ihr noch braucht. Beim zweiten Mal geht es immer noch. Beim dritten Mal ist es meistens der Horror. Wir haben also als erstes jetzt hier einen Blitzer. Was ich trotzdem fix aber auch wieder zu GBL umbenennen möchte. Volt-Wechsel und Blitzkanone. Okay. Wie kann man das sonst umbenennen? Seaday. Das ist ein Buchstabe mehr. Wäre er natürlich auch gegangen. Wir haben es jetzt aber so. So, dann haben wir das. Flamara und Aquana. Ihr habt das sicherlich gestern alles schon gemacht. Nebenbei immer mal. Ich habe gestern intensiver nicht so sehr gespielt. Ah, wieder Blitzer. Man könnte natürlich jetzt sagen, wenn einer sagt, boah, ich habe ganz viel entwickelt. Ich habe nur Aquana, Flamara bekommen. Hat vielleicht jemand einen Blitzer übrig? Könnte ich jetzt sagen, ja hier ich. Aber auf der anderen Seite, man hat eigentlich genug Evolies bekommen. Hat heute nochmal die Chance. Eigentlich sind das Shinies, die man gar nicht unbedingt jetzt zum Tauschen aufheben muss. Das ist meine Meinung. Ich finde, jedes Seaday Pokémon, jedes Seaday Shiny, ist an sich nicht so wertvoll, weil das trotzdem irgendwie massenhaft den Leuten hinterhergeworfen wird. So wie mir gerade das Blitzer, das dritte. Okay. Der ist hartnäckig. So. Wir machen einfach weiter. Wir haben ja jetzt nichts zu verlieren. Das Glaciola können wir dann wieder gezielt entwickeln. Dafür muss ich dann hier einfach noch ein Gletschermodul anmachen. Aber die drei müssen jetzt so kommen, wie der Blitzer. Alter. Was ist denn los mit ihm? Blitzer? So. Weiter. Die WP nehmen ab. Obwohl das schön, habe ich schön, ganz viele hohe Shiny Blitzer da rumstehen. Also für die Leute, die neu sind, jedes einzelne Evoli hat ja eigentlich einen speziellen Namen, den man geben kann, um es einmal zu entwickeln zu dem Wunsch, zu der Wunschentwicklung, die man möchte. Aber der geht halt wirklich nur einmal. Lasst euch da nichts erzählen. Flamara ist jetzt hier am Start. Fehlt also noch Aquana. Viele sagen immer, bei mir ging der mehrfach. Ich habe es dann Rainer genannt und dann kam wieder ein Aquana raus. Ja, das war Zufall. Ich kann es auch jetzt Günther nennen und dann ist es plötzlich ein Aquana. Seht ihr, wie das funktioniert hat? Kaum redet man über Rainer. Ne, das heißt für mich aber jetzt auch, wir haben jetzt alle und vor allem habe ich vergessen, das Flamara zu beschriften. So, ist aber nicht weiter tragisch. Wir holen uns einfach einen Flamara zurück. Flamara. Dann müsste das das sein. Schreiben da auch einfach GBL dran. Attacke, Kraftkoloss passt auch. Jetzt haben wir Nachtara, Psyllana, Fully Purba, Felinara, die drei anderen Boys in the Hood. Das fehlt theoretisch nur noch. Da ist jetzt ein Rocketstop dran, äh, ein Rocketrübel. Dann zünden wir jetzt hier ein Gletschermodul. Dadurch, dass hier ein Gletschermodul an ist, müsste das nächste Evoli, was wir entwickeln wollen, jetzt also ein Glaciola werden. Wir nehmen hier das. Ihr seht, unten ist das Glaciola schon angezeigt. Drücken das durch. Nennen das auch GBL. Okay, und dann weiß ich nicht, ist die Sammlung weiterhin vollständig. Wir haben alle Shiny-Entwicklungen gehabt. Wir haben alle Shiny-Entwicklungen mit Blumenkranz gehabt. Äh, wir haben alle Entwicklungen als 100% auf Level 50. Und jetzt haben wir alle Shiny-Entwicklungen mit der zweiten Cedar-Attacke. Ice Odem, Aquavelle. Machen wir ja auch mal dran. GBL. Obwohl, bei denen wäre es vielleicht sogar schlauer, dass die nicht so hoch sind. Wenn man jetzt die nicht unbedingt in der Hyperliga nutzt, sondern in der Superliga mit spezieller Attacke. Also, das ist mir alles zu kompliziert. Ich werde wahrscheinlich eh nie von dem ganzen Zeug was da reinpacken. Ich habe gestern ungefähr 80 Shinies bekommen. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Wollen wir nochmal kurz alle durchgehen. Aquana. Ihr seht dazu hier, das ist ein 100% Aquana auf Level 50 mit 3521. Wir haben hier Shiny Aquana. Und wir haben Shiny Aquana mit Blumenkranz. Plus das mit der GBL-Attacke, sagen wir mal dazu. Wir haben dann Flamara. So. Habt ihr auch hier das 100%ige auf 3, 4, 2, 4. Ihr habt das Shiny. Ihr habt das mit der Cedar-Attacke jetzt. Und ihr habt das mit dem Blumenkranz. Ihr habt das 100er auf 3, 265. Ein Shiny. Eins mit Cedar-Attacke. Und eins mit Blumenkranz. Dann nehmen wir als nächstes Vollipurber. Kurba, Level 50, Ruckzuck, Laubklingel. Hätte man die Attacken auch mal anpassen können. Dann mit Blumenkranz normal, keine Ahnung, hier mit Spezialattacke, Shiny, Shiny mit Blumenkranz. Das normale mit Blumenkranz hätte ich eigentlich wegschmeißen können. Wenn ihr das Shiny mit Blumenkranz habt, dann braucht ihr das normale, glaube ich, nicht mit Blumenkranz. Hier auch wieder ein 100er Glaziola, Level 50, ein Shiny mit Blumenkranz, ein normales mit Blumenkranz. Der Unterschied ist auf jeden Fall heftig. Ein Shiny mit Spezialattacke, ein Gladiantri hat sich dann noch reingeschlichen. So, Psyana, 100, 50, Shiny Blumenkranz, Shiny und Psyogon, genau. Achso, da war ich schon durch. Mit natürlich Spezialattage, ja. Also Blumenkranz, Shiny und Spezialattage. Nach Tara, noch einmal dahinter. Ja, auch das 100er auf 2,4 ist also das Schlechteste von allen, nutzen aber viele jetzt in der Hyperliga. Dank Level 50, kommt das sehr nah an die 2,5 ran. Dann hier das Shiny mit der Spezialattacke. Und das Shiny mit Blumenkranz. Dann fehlt eigentlich nur noch Felinara. Will auch das 100er haben. Auf 3.470 hat mir ganz gut gegen die Jalga geholfen mit seinen Fee-Attacken. Die müsste ich, glaube ich, alle noch zu Best Buddy machen. Das wäre noch genialer. Da habe ich noch ein Ziel. Dann also das mit der Spezialattacke als Shiny. Das mit dem Blumenkranz als Shiny, ja. Damit haben wir eigentlich alles, was es gibt. Mehr brauche ich nicht. Und, ja, würde sagen, schreibt ihr mal rein nun wirklich eure Ausbeute. Nach dem zweiten Tag, denn bei mir 11 bis 15 Uhr, gibt es jetzt wahrscheinlich Rates für Zuschauer mit Thomas. Ich werde heute nicht nochmal Evoli zocken. Ich hatte gestern eigentlich schon die Nase voll. Trotzdem hat man sich halt jetzt die Entwicklungen mit der Spezialattacke geholt. Ihr schreibt mal rein, was habt ihr so bekommen. Welche Attacke findet ihr besonders cool? Bei welcher Entwicklung? Wofür nutzt ihr die jetzt? Was ist eure Lieblingsentwicklung? Habt ihr jede jetzt als Shiny? Wie sieht eure Sammlung insgesamt aus? Welches habt ihr als Hunderter? Welches habt ihr mit Blumenkranz? Schreibt es mal alles rein. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich im Stream. Obwohl das Video erst nach dem Stream kommt. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.